Das wird wahrscheinlich jetzt für dich ziemlich komisch aussehen gleich, wenn hier wieder alles gleich mit Glas zugebaut ist. Ja, ich sehe dann ja gar nichts, ne? Halt. Kennt man ja. Ich meine, du könntest ja natürlich einmal einfach auf das Misa-Texturen-Paket umschalten, weil da ist auf jeden Fall Glas. Ja, aber will ich das? Also, wenn ich mir so die Aufnahmen angeguckt habe, hast du dich schon öfter beschwert über nicht zu sehendes Glas. Ja, da hast du nicht ganz unrecht. Also, da hast du nicht ganz unrecht, Hörmar. Da hast du nicht ganz unrecht. Das ist auch echt ätzend. Um nochmal drauf rumzureiten. Ja. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich sollte ich mal das Texturen-Pak wechseln. Aber ich vorher fand die Idee mit den Sternschnuppen so toll. Das ist natürlich auch blöd, wenn wir es immer nachts schlafen werden. Dann bringt das natürlich überhaupt nichts mit den Sternschnuppen, ist klar. Dann ist das ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Ich baue mal hier in den Berg ein bisschen mehr. Ach, ich kann den Berg da nicht hinbauen, weil da ist eine Blume. Ich kann da keine Erde hinsetzen, weil ich sonst die Blume zugebaut hätte. Danke, Mojang, für diese Logik. Naja, gut. Da sind halt auch Ökos. Ja, ja. Die Schweden. Huch, keine Erde mehr. Kann er wohl nicht sein. Kann's auch nicht. Ist auch nicht wahr gewesen. Ups. Zack, 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 zack. 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 Zack, zack, zack. Ein Traum wird wahr. Träumchen. Ein Träumchen. Ein klitzekleines Träumchen, ja. Ich baue gerade mal ein bisschen Berg. So, ne? Kennt man ja. Ich baue immer ein bisschen Berg. Zack. So, jetzt habe ich auch den Eingang und da kann dann gleich... Ja, das ist ganz gut. Das ist zweier Höhe. Das ist natürlich einen zu tief. Das müsste einen hoch. Das heißt, der Eingang müsste im Prinzip... Ne, das wäre genau richtig, wenn das... Dann muss aber das noch weg. Zack, so. Und dann kann hier jetzt überall einmal rum Cobblestone. Bis auf da. Hier ist Holz drin. Das kann eigentlich auch wieder raus, das Holz. Da mache ich erstmal nur Cobblen rein. Ups. Koblé, Koblé. Le Koblé. Ole, ole. Weg, le Koblé. Bitte was? Ja, wer kennt das nicht? Ja, jeder ist doch, ne? Hier ein alter Gassenhauer. Sagt man das so? Ein Gassenhauer? Ich habe keine Ahnung. Kassenschlager. So. Auch gut. Nein, ich komme nicht mehr raus hier. Verdammt. Ich habe mich selbst eingebaut. In den Berg gebaut habe ich mich. So, und ich muss... Habe ich davon noch? Ne, natürlich nichts. Ist klar. Ich muss gleich mal ein bisschen backen gehen. Ein bisschen Stein backen. Und ich glaube, ich habe aber... Habe ich das gemacht? Habe ich natürlich nicht. War ich wieder zu klug? Das habe ich natürlich anders gemacht. Habe ich das hier gemacht? Eben wo habe ich das doch gemacht? Das gibt es doch gar nicht. Ups, das war auch falsch. Da muss doch natürlich dieser eine, jene Stein wieder rein. Dann habe ich das wohl doch nirgendwo gemacht. Oder vielleicht oben. Doch, ich habe das oben gemacht, ne? Ja, da habe ich es gemacht, genau. Perfekt. Zack. Dann kann das Ding zu. Das Ding zu. Und... Bitte? Ich bin nur gerade mal voll daneben gesprungen, wo ich eigentlich hin wollte. Du bist daneben gesprungen, macht doch sowas nicht. Sah jetzt wahrscheinlich gerade etwas dämlich aus. Gut, dass du gerade abgedreht warst. Ich habe da in die Ecken auch Holz gemacht, ne? Kann das sein? Ja, das war natürlich schwer sinnvoll. Weil man das hier überhaupt nicht sieht, das Holz. Das ist für außen. Ja, da habe ich mal wieder ein bisschen Holz dazu bekommen. Weil das andere ist eh unsichtbar. Das ist eh hinter Stein. Muss man ja den ganzen Kram nicht so verschwenden. Nee. Tisch. Holz ist schließlich kostbar. Dann habe ich nämlich auch ein paar Holzbalken über. Und dann baue ich nämlich hier noch so einen hölzernen Eingang. Zack. Ja, das ist doch fein. Oder brauche ich einen Stein an? Ne, brauche ich eh die ganze Zeit. Dann den Weg. Machen wir den aus Holz. Na, dann gucken wir mal, was wir da machen. Jetzt bauen wir das erstmal zu. Ups, nicht ausbrechen. War es im wahrsten Sinne? Ausbrechen. Ausbrechen. Und wir brauchen... Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen... Ich wollte mir Cleanstone machen. Cleanstone ist gut. Cleanstone ist Cleanstone gut. Cleanstone. Da kommen sieben... Ah, ich muss ein bisschen acht rein. Scheiße. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht. Und... Ein Stackkoppel. Und... So. Nochmal ein Stackkoppel. Hast du noch Cobblestone über? Ähm... Müsstest du mal in meine Kiste gucken. Könnte ich dir so gar nicht sagen. Dann würde ich dir mal eben ein bisschen was klauen. Mhm. Ganz greifterweise. Du reichst ja zu. Ach, guck mal. Hier ist, äh... Cleanstone drin. 64 Stück. Ist ja geil. Habe ich hier noch irgendwo welche drin? Oh. Das war ja nett. Naja. Aber es reicht ja noch nicht. Da brauche ich noch ein bisschen mehr von. Dann gehe ich mal kurz gucken, ob ich mir was von dir... ...leihen kann. Ach komm, weißt du was? Ich mache jetzt echt das andere Textur und pack rein. Ich habe das gar nicht mehr drin. Diese hast du nicht mehr drin? Ne. Ich habe nur noch zwei Stück. Sehe ich gerade. Und das... Demo würde sagen Epic Fail. Ja. Und das Deviation war, glaube ich, das... Ja, das ist das mit der Disco auf dem Boden. Oh, ich brauche Holz. Ich nehme mal das... Oh, ich nehme mal das Default Texturenpack. Das ist ja Klassiker. Guckt euch das mal an. So sieht das aus, wenn man Minecraft ohne Texturenpack spielt. Kann man auch eigentlich mal machen. Kann man. Kann man wenigstens. Alles. Man muss ja nicht immer diese ultra-realistischen Dinger nehmen. Was wollte ich holen? Clean Stone, ne? Ach, ich klau mir immer ein bisschen Kies. Da hast du ja genug von. Genau. Greif mal zu. Mach ich. Ich habe es ja. Genau. Ich nehme mir nochmal 64 Eisen und drei Diamanten, ne? Also, als hätte er nicht schon genug Diamanten. Ich habe alle... Ich habe auch keine mehr. Ich habe die ja alle verwertet. Ja. Hast du nur zwei Kisten, wo was drin ist? Ja. Bis jetzt schon. Dafür habe ich aber 15 schon mal vorbereitet. Okay, was wollte ich eigentlich nochmal holen? Clean Stone, ne? Du hast... Über Cobble. Gar keinen Cobble Stone. Doch, da. 54. Den klau ich mir mal. Ansonsten hast du überhaupt keinen Stein. Den scheinst du... Da sind halt nicht alle, alle unterm Arm. Vermutlich. Hüpf hier... Fröh dich drauf rum. Du hüpfst auf dem Stein herum. Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach hast du den gerade dabei. Das ist sehr wahrscheinlich. Warum bin ich jetzt hier rumgelaufen? Ist auch egal. Achso, ne. Ich wollte den... Ich kann ja den Kies jetzt hier hinlegen. Warum mache ich eigentlich einen Eingang hier hin? Ich weiß ich gar nicht. Ist eigentlich voll unsinnig. Na, mal gucken, ob ich den lasse oder ob ich da was anderes hinmache. So ein Seiteneingang ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ups, hier ist Holz. Wo kommt der denn her? Der muss doch... Stein lang. Ah, damn. Damn? Kein Glas und kein Holzfinger mehr. Was? Natürlich sehr schön jetzt. Ich hab ja gesagt. Meine Ressourcen sind gleich erschöpft. Ich hab's gesagt. Hast du recht gehabt. Und du solltest recht behalten. Gehe ich jetzt mal fröhlich kloppen. Den ganzen Wald, den ich jetzt hier abholze, den hab ich gleich wieder schnell aufgeforstet, weil ich auch sehr viele Seeds aufgesammelt hab in der Zeit. Plus auch, glaub ich, noch irgendwie so drei Seeds oder Samplings oder was auch immer. Achso, ja. Ich hab auch jede Menge noch. Haben wir schnell wieder da. Ich hab hier in der Kiste noch knapp 80 Stück. Also ist noch ein bisschen was. Keine Sorge. Okay. Da sind noch ein paar von da. Da kannst du dich austoben mit den Dingern. So, die Fackel wieder ab. Was lustig ist, sobald man das normale Texturenpack wieder reinmacht, ist, das Spiel irgendwie viel heller. Finde ich. Gerade in den dunklen Stellen mit den... Hm. Keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist. So. Und hier sind wieder so Stellen. Ja, das wäre total unsinnig, hier so einen Eingang zu machen. Was, was, ich mach den wieder weg. Der bringt gar nichts. Oder man macht den Geheimgang. Kannst du mal hier einen Geheimgang machen? Nee, komm. Wir machen hier keinen Eingang. Der war eine doofe Idee, den machen wir wieder weg. Der Geheimgang mit meiner Kreativfeld, der war nicht schlecht, ne? Der war gut. Ja, der, äh, der konnte was, doch. Sowas kann man hier auch mal machen, eigentlich. Ja, braucht man nur halt wieder mal eine Menge Material, ne? Ja, das ist ja kein Problem. Wir sind doch noch... Wir sind doch noch ein paar Tage hier, denke ich. Hoffe ich. Das machen wir dazu. Wenn du das jetzt mal hier gesehen hättest, da sind hier vier Creeper... Ne, vier Zombies auf einer Stelle, die sich jetzt hier wie so gerade in so einem Halbkreis... Als hätten sie sich besprochen, wie sie jetzt hier gleich... Dich auseinandernehmen? ...auf unser Land treten, genau. Die mögen dich halt nicht. Du scheinst ihnen irgendwas getan zu haben. Noch so einen netten. Ja, eigentlich, ne? Weiß ich auch nicht, was die haben. Was meinst du, schlafen gehen? Du wolltest, willst du ja unbedingt. Oh ja, Marcel. Ich lege mich schon mal ins Bett. Das ist eine gute Idee. Okay. Ich bin ja schon auf dem Weg. Ich bin ja schon auf dem Weg, Mensch. Ah, schon mal wieder 62 von den... So, Holzblöcken. Seine Welt wurde gespeichert. Ist auch super. Ach, ist schon wieder Tag. Mein Gott, das geht ja wieder. Razzi, fatzi, fatzi. Ich könnte die Zeit nutzen, wo ich das falsche Texturenpack drin habe, um tatsächlich mal meine restlichen Glasscheiben zu verwerten, die ich nicht habe. Ich habe nur Glasblöcke. Mit denen kann ich hier relativ wenig anfangen, weil die will ich gar nicht benutzen. Und ich werde mal mein Eisen schmelzen. Eins, zwei, drei. Muss reichen an Kohle. Hier ist nichts drin. Hier ist nicht genug drin. Hier waren 16 Steine. Und die sind noch... Die brennen noch. Die brennen. Die müssen brennen. Zack, 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 weg. Zack, 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 zack. Und das wieder abbauen. Und da wieder eine Fackel dran. Sobald ich eine gefunden habe, da haben wir sie doch. Ich mache die Fackeln erstmal nur provisorisch. Ich will mir auch gleich mal unten angucken, was du da fabrizierst. Ich habe einfach nur den gleichen Raum wie oben und nochmal reproduziert. Nur mit zu und Wänden halt. Da können jetzt dann gleich... können dann da Kisten an die Wand. Da muss ich mal ein paar Kisten bauen. Aber vorher brauche ich ein paar Stufen. Holzstufen brauche ich. Brauche ich, brauche ich, brauche ich. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und 1, 2 und 3. Dann dazu willst du noch ein paar Sit-Ups machen da drüben. Ja klar, ich bin hier, ne? Die Sportskanone ist schlechthin. Multitasker. Ja klar. Auch immer Fitness beim Zocken. Ist doch logisch. So, jetzt die Stufe. Ja, wie machen wir das jetzt? Das ist echt ein bisschen doof. Das würde zwar gut aussehen, wenn wir das so machen. Das würde hier aber gar nicht mehr funktionieren. Ist natürlich auch sinnvoll. Ich buddle mich wie der Marzl mit richtig verrückten Moves nach unten. Dann würde sowas gehen. Das war voll falsch. Verrückte Moves? Ja, so mit so Löchern nach unten buddeln und so'n Kram. Ach so. So, dann machen wir das wieder dicht. Meinst du YOLO-mäßig wieder? Ja, ja, so richtig YOLO in den Fußboden rein. So, das würde gehen. Ich komme aber hier nicht weiter. Das ist jetzt das Problem für die nächste Etage. Das würde hier nämlich nicht mehr funktionieren. Sondern das würde soweit bis hierhin gehen. Und das könnte man hier eigentlich auch voll geil machen. Das sähe voll cool aus. Okay, so nicht. Aber das reicht nicht. Ich könnte, wenn ich wollen würde... Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab da gerade eine Idee. Wenn ich doch jetzt hergehe und das alles nochmal abreiße und die Treppe erst hier anfange, dann könnte ich doch prinzipiell... Jetzt muss ich mal eben gucken, ob das irgendwas bringt, dadurch ich mir das gerade einbilde. Und hier dann die Treppe. Zack. Dann hätte ich das so. Und dann könnte ich hier aber noch runter. Genau. Dann könnte ich die Erddinger nämlich auswechseln. Mit Treppchen, die dann so müssen. So, und den auch noch. Nämlich da hin. Das ist doch wieder ein Traum. Es ist einfach unglaublich. Es funktioniert einfach wie... Am Schnürchen. Wie 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 am Schnürchen. Vielen Dank.